Musik 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 Das geht mir so auf die Nerven Da muss irgendwas anderes her Musik Let's Bastl Ja, willkommen bei Let's Bastl dem besten Bastl-Channel auf Youtube Ja, ihr werdet das wahrscheinlich kennen, oder? Ja, man steht im Supermarkt und der nimmt sich aus aus dem Regal das Ding raus, mir ist schon mal eine Flasche runtergefallen, mit diesen Kackdingern Aber wir schaffen heute für Abhilfe Wir brauchen uns nämlich eine Männerhandtasche heute Ihr habt mir schon Holz ausgespäht Keine Ahnung, wo ich das herhabe Das liegt hier einfach rum und aus dem werden wir es bauen Keine Ahnung, was das ist Also ich tippe jetzt mal auf Nussbaum Jetzt müssen wir erstmal das ganze grad schneiden dass wir da überhaupt irgendwas bearbeiten können So, der Holzwörm war schon recht aktiv in dem Teil Irgendwann mal Aber den haben wir ausziehen lassen Macht aber nichts, wird ja bloß eine Biertasche, ja? Das wird ja jetzt keine Schmuckschatulle Truppe, Schmuckschatulle Was hat eine Truppe an Schmuck? Nichts! Aber auch gar nichts! Jetzt brennen wir das Brädel erst einmal auf Dass wir da zwei haben Weil das ist uns natürlich viel zu dick Was haben wir denn da eigentlich? Das ist auch wirklich in der Mitte 26, also 13, oder? Was sagst du? 13 13 müsste die Mitte sein, oder? Hoffe ich mal Bin so schlecht im Kopf rechnen Ich muss ja bei 5x5 Muss ich fast schon das schneiden raus holen Mathematik immer Mathematik Überall Mathematik, ey So, jetzt stellen wir da mal 13 ein So, so passt das So, das wird das Debüt für meine Bandsäge Mal wirklich was sehr hohes aufzutrennen Ich bin sehr sehr gespannt ob es geht Aber warum soll es nicht gehen? Aber das werden wir jetzt gleich sehen Jetzt haben wir nämlich Bretter Die so ungefähr auf 10 hobeln wir die jetzt runter Dann haben wir unsere Grundbretter Da können wir die perfekte Männerhandtasche bauen Ihr hofft das reicht So, jetzt haben wir gesagt Die hobeln wir jetzt so auf Keine Ahnung 10, 11 Millimeter So, wir fangen mal größer an So, keine Ahnung Bei 12, 13 fangen wir mal grob an Dann hobeln wir uns runter So, runter hobeln kann man nämlich inne Hinhobeln kann man nichts Also zumindest hab ich es dann geschafft So, dann konstruieren wir für unsere 6 Freunde mal die Handtasche Mal gucken wie hoch so ein Ding ist Schauen wir jetzt mal Ein bisschen spielen lassen So, unten brauchen wir auch noch ein bisschen Platz Oben auch Kommt ungefähr hier Kommt der Oder machen wir hier den Griff Das muss die Pfote nicht verletzen Also bis hier her ungefähr So hoch Können wir das Teil machen Ich weiß, ich weiß Truppe, Truppe Was sind die Maße Oh, 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 oh Also, 330 hoch Für euch neugierigen Geier So, wie breit machen wir es? Kommt drauf an Wie breit ihr eure Abtrennung macht Also bei mir wird es ungefähr Ungefähr Ja Nicht drauf achten Genau So ungefähr 18 Zentimeter breit Jetzt machen wir aber erst einmal die Seite Anhand derer ergibt sich nämlich unser Restholz Und so weiter Also ich hab euch angelogen 170 machen wir es breit So, einmal mit dem Hobel drüber Dass wir die Sägemarke entfernen So, das Schöne ist wenn man gehobelt hat Seht ihr wie das glänzt Wenn man die Phase geschnitten hat Das ist immer das Schöne Das ist auch super glatt Da brauchst du nicht hinterher schleifen Du kriegst keine schönere Fläche hin als mit Hobeln So, dann machen wir die grobe Form So und da wir bei jedem Projekt ja auch ein bisschen was lernen wollen Nehmen wir heute wieder hier zum Fräsen der Schablone Weil wir wollen hier nicht einfach das Eckig Sondern wir wollen sehr schön Wir wollen so eine geschwungene Form Und dass wir das an allen vier Seiten gleich hinkriegen Bauen wir uns heute eine Frässchablone Die können wir bei allen Seiten anwenden Wie geht das? Ganz einfach Ihr nehmt euch einfach irgendein altes Stück Holz was ihr habt Bestenfalls irgendwie MDF oder irgendwas Nicht zu dünn Meins ist jetzt irgendwie 12 oder 14 Millimeter Das ist perfekt dazu So, wie fertige ich die Schablone jetzt an? Ich habe hier Markierungen gemacht Wo die Bierflasche ungefähr hier Ja, ab hier kann die Rundung anfangen Das heißt, ihr nehmt jetzt euer Holz Ich habe es zugeschnitten von der Länge Macht euch die Markierungen Wo die Bierflasche ungefähr, ja, anfängt schmäler zu werden Und das Ende, also wie hoch eure Männerhandtasche werden soll So, dann legen wir, weil wir müssen das ja immer gleich treffen Weil es ja eine Schablone ist Das heißt, wir legen das hier drauf, dass das unten bündig ist Und an der zu fräsenden Seite auch Und es muss noch ein bisschen überstehen Dass wir das nachher die Schablone auch irgendwie befestigen können So, und jetzt zeichnen wir hier einfach unsere Rundung ein Die wir gerne hätten So, das mache ich jetzt so frei Schnauze So, irgendwie so Nicht zu dünn So, so ungefähr, ja Wir können es ja nachher noch nachschleifen Also das macht jetzt nichts Wenn ihr das nicht perfekt trefft Wir müssen die nachher sowieso noch bearbeiten Die Schablone So, ich verwende jetzt die Bandsäge Wenn ihr keine Bandsäge habt Dann nehmt ihr einfach eine Stichsäge Weil wir müssen das sowieso noch händisch nachschleifen Spiel also keine Rolle womit ihr sägt So, ihr seht jetzt, wir haben Buckel noch innerhalb dieses Radius Der Radius ist noch nicht wirklich perfekt Jetzt schleifen wir einfach nach, bis er perfekt ist Auch diese Rattermarken, die ihr hier seht Das muss alles raus Das muss wirklich richtig glatt sein am Schluss So, dann nehmen wir jetzt 80er Schleifpapier Ich habe hier so einen Schleifklotz Das war mal ein Stück Holz Was soll es sonst sein? Aber das war mal ein Stück Holz war es, Truppi Wir wissen es Also, mit einer Rundung Kann man hier auch drin schleifen Weil mit einer geraden Fläche wird es etwas schwierig 80er Schleifpapier Ja, und auf geht's So, immer eure Form im Auge behalten Dass die so wird, wie ihr das wollt So, wenn ihr eure Form fertig habt Und zufrieden seid mit der Kante Achtet darauf, dass die wirklich schön rund ist Ohne Buckel drin Denn alles, was exakt so wie diese Kante ausschaut Werden alle eure anderen Kanten werden Das heißt, lasst euch da Zeit Gebt euch da Mühe Das ist relativ schnell gemacht MDF ist weich Und dann geht es auch schon weiter So, in dem Fall schneide ich meine Bretter jetzt mal auf Länge Oder in dem Fall Höhe zu Das ist so das Erste, was wir jetzt machen Bevor es hier irgendwo weiter geht So, dann kommen wir auch schon an Fangen mal so grob mit unserer Form zu arbeiten Also ich mache es jetzt so So, ich lege diese Form jetzt auf mein Brett drauf Und zeichne mir grob die Kontur nach Das mache ich jetzt erstmal beidseitig So, kann man gut sehen So, jetzt säge ich an der Bandsäge Das hier weg grob, ja Lasst 5mm Platz Also sägt es 5mm zu groß ab Den Rest fräst wir hier nachher So, wenn wir unsere Frühstückbretter Ja, ich verfasste, was ist dieser Frühstückbrett Wenn wir unsere Frühstückbretter dann fertig haben Und die Schablone drüber legen Werden wir sehen Wir haben hier den Überstand Aber den wollten wir ja So, jetzt kleben wir die Schablone erstmal auf unser Frühstücksbrett raus Wie mache ich das? Ich nehme hier ganz normal doppelseitiges Klebeband Aber Ein Tipp Nehmt wirklich, wirklich wenig, ja Das Ding habe ich gerade beschlossen Halbiere ich nochmal Es geht nur darum Dass diese Schablone nicht rutscht Um mehr geht es nicht Weil die Schwierigkeit ist nicht, wenn ihr sagt Oh mein Gott Ich wollte es ja halbieren, Truppe Weil wenn ihr sagt Oh mein Gott, ihr klebt da ein halbes Ding drauf Ihr kriegt es nicht mehr ab Und das Problem kann auch sein Das hatte ich bei einem anderen Projekt mal Dass mir das am Holz kleben geblieben ist Und die Holzfaser angerissen hat Also seid da wirklich, wirklich, wirklich sparsam Wie gesagt Es geht nur darum Dass diese Schablone nicht verrutschen kann Um mehr geht es hier nicht So, jetzt kommen wir zu meiner Lieblingsgeschichte Dem Fräsen Es gäbe jetzt zwei Alternativen Was ihr an Fräser wählen könnt Ich zeige euch einfach mal beide So, wir haben jetzt hier zur Auswahl Einmal einen Bündigfräser Mit Anlaufkugellager unten Und mit Anlaufkugellager oben Wir können beide nehmen Warum Die Frage ist einfach nur Wie haltet ihr euer Material Ja, haltet ihr euer Material so rum Das heißt, dass euer Euer echtes Brett oben ist Dann würde ich Diesen Bündigfräser nehmen Denn der Fräser Hier, dieses Kugellager Läuft die Kontur Unsere Schablone ab Ja, unsere Schablone wäre jetzt unten In dem Fall Also muss auch Ich stelle mal die Oberfräse runter Also muss auch Hier fährt das Kugellager ab Also muss auch unsere Schablone unten sein Das Ganze kann ich aber auch umdrehen Bedeutet, ich nehme ein Anlaufkugellager oben Drehe mein Material um Und fahre einfach oben Meine Schablone ab Also das bleibt euch überlassen Welchen ihr habt Oder welchen ihr nicht habt Ich mache es ganz gerne so So sehe ich die Schablone Und ich sehe, wie das Material unten abgefräst wird Also, let's go Also, ich sehe die Schlaufe Das ist mir gerade selber noch ein Trick eingefallen. Wie gesagt, Leute, ich bin ja auch kein Profi, ich lerne ja auch mit euch. Ihr seht schon, wie schwer das weggeht, nur von diesen zwei kleinen Dingern. So, jetzt könnte ja theoretisch, könnte es ja sein, dass wir verrutscht sind oder was weiß ich. Jetzt nehme ich das hier, wo ja beide Seiten gefräst sind und klebe es auf das hier. Und dann können wir uns sicher sein, dass wenigstens diese beiden Teile wirklich 100% gleich in der Form sind. Und immer schauen, dass dieses Lager auch wirklich abläuft und dass die Klinge auch wirklich über das Material hinausreicht. Das ist auch noch wichtig. So, und wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben, dann seht ihr, hier haben wir zwei wirklich perfekte Teile, die absolut gleich sind. So, jetzt haben wir da noch eine Rundung angeschnitten. Wenn ihr übrigens dem Tellerschleifer nachbauen wollt, was wirklich super einfach geht, ich verlinke euch die Pläne unten in der Videobeschreibung. Das Ding habe ich schon jetzt zwei oder drei Jahre. Ich liebe diesen Schleifer und er kostet euch so gut wie kein Geld. So, um die Kanten jetzt hier, die ihr seht, die noch nicht wirklich schön sind, wir könnten natürlich Schleifpapier nehmen, aber wir wollen uns ja verbessern. Und wir nehmen heute eine Ziehklinge. Das geht nämlich viel besser als Schleifpapier. So, wie macht man das? Ganz einfach, man zieht drüber. Und kriegt dann wirklich eine sehr, sehr feine Oberfläche. Man hört auch schon, wie es zieht, wie die Späne sich bilden. Die Vorteile von so einer Ziehklinge gegenüber Schleifpapier, ja klar, umweltschomt man. Das Ding kostet irgendwie knappe 10 Euro, kann ich tausendfach verwenden. Schleifpapier, mein Gott, macht a nicht so eine schöne Oberfläche und brauche ich auch viel mehr. Also irgendwie geht mir gerade das Material aus, irgendwie das Holz war zu wenig. Dann werden wir die Inlays, also die Untertrennungen, dass diese Flaschen nicht aneinanderschlagen, einfach aus MDF machen, weil dann reicht uns das Holz. Das heißt, ich habe kein Holz mehr. Manchmal kennt ihr so Projekte, da hat man halt einfach plötzlich das Problem, okay, das Material, das ich habe, habe ich. Mehr habe ich nicht. Also muss der halt kreativ werden, das muss ich jetzt in dem Fall. Tut dem aber keinen Abbruch. Die haben schon ganz anderes hinbracht. So, das sind die Leisten, aber ihr seht schon, ja, das ist das Klebern, was nicht abgeht. Also ihr müsst das Klebern relativ schnell hin und auch schnell wieder weg machen. Das schleifen wir nachher weg. Aber bloß, dass ihr mal gesehen habt, dass das ist das Problem, von dem ich vorher geredet habe. So, diese zwei Leisten leihen wir da jetzt erstmal drauf. Truppe, weil ich so old Holzwirker, ja. Da kriegen wahrscheinlich wieder ein paar Leute die Meise, wenn ich Holzwerker sage, aber das freut mich immer ein wenig. So, ein bisschen Leim drauf, nicht zu viel, sonst quetscht es bloß raus. So, dann vorsichtig die ein oder andere Schraubzwinge hin. Das wird jetzt eh wieder verrutschen, das weiß ich jetzt schon, aber das ist mir ja schon klar. Ich kenne ja mittlerweile schon, wie es läuft, gell, Truppe? Hast ja schon so viel falsch gemacht, mittlerweile weißt du ja gar, wie es läuft. Bin schon gar frustriert, wenn ich schon weiß, was los ist. So, ihr seht, hier ist noch ein bisschen Leim drin. Wir erinnern uns, Leim kriegt man weg, indem man, solange der Leim noch nass ist, mit Wasser das auswäscht. Ich mache das seit Neuestem mit einem Pinsel, weil so komme ich auch wirklich in die Ecken rein. Weil mit so einem Schwämmchen kommst du nicht in die Ecken rein. So, jetzt haben wir hier wirklich gar keinen Leim mehr in der Ecke drin. Und wenn wir es nachher ölen, haben wir eine wunderbar schöne Kante. So, wir haben jetzt noch mehrere Schwierigkeiten. Wir widmen uns jetzt erstmal die ersten Schwierigkeit und zwar den Griff. Ich habe von so einem alten, was war das, Schneeschaufel oder von irgendeiner alten Schaufel hier. Habe ich den Griff, der ist aber zu groß, weil ich habe nur eine 25er Bohrung. Der hat 28, also müssen wir noch was wegdrechseln. Das ist schon mal die erste Schwierigkeit. Und die zweite Schwierigkeit folgt zugleich. Das nur da drauf leihen bringt es nicht. Deshalb habe ich überlegt, komm, das könnte gerade reichen für einen Domino noch. Das werden wir mal probieren. Das wird spannend. Das wird echt spannend, ob das alles hinhaut, du mein Lieber. Ich bin gespannt, du. Ich habe das Ganze mal aufgebaut. Hier kommt jetzt dann gleich der Bohrer raus. Das Problem ist nur, das Ding liegt zu tief. Jetzt nehme ich so ein Eisstäbchen als Unterlage, weil das die gewisse Dicke hat. Und dann werde ich jetzt versuchen, das hier so zu bohren. Ich bin echt gespannt, Leute. Ich bin echt gespannt, ob das so funktioniert. So, das hat mega gut geklappt. Ich bin echt überrascht, aber es ist echt gut. Manchmal sind Dominos gut, manchmal Lamellos. Also es ist gar nicht so schlecht. Ja, wenn man die ganze Maschine da hat, kann man mal sehen. Weil vor allem ist es auch verdrehsicher. Das ist ja wichtig. Hätten wir jetzt einen Dübel reingemacht, kann man es verdrehen. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt mal die Löcher für den Griff. So, 218 ungefähr muss unser Stab lang sein. Den schneiden wir uns jetzt mal runter. Da seht ihr noch Adlus. Das war wahrscheinlich mal die Schneeschaufel. Das passt jetzt. Warum passt denn das jetzt? Ja, Truppe. Du bist ja zu dumm. Du bist ja zu dumm zum Zusägen. Sechs Millimeter zu kurz. Meine Fresse. Zum einen Versuch hast du eine Truppe, dann ist die Stänge leer, nämlich alle. Aber so wie ich auch immer wieder in der Community mitkriege, bin ich ja nicht der Einzige, der so blöd ist und ab und zu einfach was falsch zuschneidet. So, jetzt müssen wir den ganzen Kack da erstmal wegkriegen. Aber ich würde sagen, wir drechseln es erstmal auf Durchmesser und machen es dann schön. Weil bevor ich das jetzt verhunzen habe, da voll die Arbeit reingesteckt, ich wüsste, was ich meine. So, willkommen bei Let's Drechsel, der beste Drechsel-Channel auf YouTube. Nicht. Ich habe schon, weißt du, was das erste Problem schon ist? Ich glaube, das passt da schon mal gar nicht rein. Da kriege ich wieder fast einen Anfall. Ah doch. Mein Truppe. Du bist der alte Drechsler, weißt du? Das ist der Truppe. Ach, und da ist mein Meißel. Kennst du das, wenn er so ein Werkzeug verlegt und es dann wo... Ich habe mir schon gedacht, wo ist das Ding? Ja, super. Können wir ihn auch wieder. Können wir ihn gleich einsetzen. Ach, und da ist mein Bohre. Den habe ich auch schon gesucht. Mensch, einfach mal in der Drechselbank gucken, da liegt dann plötzlich alles. Tja. Mensch. Es ist schon gut, einfach was zu machen. Dann fängt sein ganzes Werkzeug wieder. Mann, Mann, Mann. Habt. Jetzt geh auf. Hast du es immer, wenn irgendein Werkzeug lost ist, verschollen, und man findet es nicht mehr, dann kriege ich immer schier the maist du. Mimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimimim Die Truppe, die alte Drechsler. Ratzfatz geht es. Und schon Untermaß. Heiliges Blächle nochmal. An dem Dorn hier habe ich mich so aufgerissen. Das ist ja wirklich, ihr seht, das ist wirklich eine Spitze. Wenn wir irgendwas gedrechselt, dann bleibt mit dem Arm volle Kanne an diesem Dorn hängen. Ich habe jetzt den Arm aufgerissen. Ich habe echt gedacht, man muss mich in Not schlachten. Hier 100 Liter Blut in der Werkstatt. Gut, 100 waren es vielleicht nicht. Aber mindestens 50. Das hier, ein bisschen Untermaß schon. Hier nix Blächle. Ja gut, egal. Schönste Teil, wir leimen es zusammen. Wir probieren es wenigstens. Weiß auch nicht, ob es klappt, aber ich hoffe es mal. So, ein bisschen Leim rein. Bei den Dominos muss ich halt wirklich gucken, dass du das schön verteilst innen drin. Dass das auch wirklich vernünftig hält. So. Gut. So, jetzt kommt alles zusammen. Das wird halten, Saidee. Das wird aber sicher halten. Da wollte ich noch Lamellos reinmachen, aber da ist der Steg einfach zu dünn. Also, ihr habt gemerkt, mit Lamellos kann man sehr, 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 sehr flache Materialien machen. Also jetzt gerade Plattenmaterialien. Aber 10 Millimeter, also so kleine Lamellos, vielleicht gibt es die, aber ich habe sie nicht da. Aber das hält auch so. So, wenn alles in Falschlaufen ist, müsste es jetzt alles schön ineinander gehen. Hoffe ich mal, echt, ich hoffe es, bitte, bitte, bitte. Wenn nicht, wisst ihr, was los ist. Aber das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Na Leute, die Truppe wird immer besser. Irgendwann, irgendwann wird es auch mal was beim Truppe. Möbel-Schreinerei-Truppe, wenn sie Glück haben, passt es immer öfter. Ach, das wäre doch was, oder? Das wäre doch was. So, sollten wir Ungenauigkeiten haben, die beim Truppe nicht vorkommen, der tut jetzt einfach mal so. Ja, dann nehmen wir jetzt ganz traditionell den Hobel. Ihr habt den mal gerade frisch geschärft und begradigen das. Das geht super cool, Leute. Ich kann euch wirklich auffordern, kauft euch mal den Hobel. Macht damit meine erste Erfahrungen. Wer mich schon länger verfolgt, weiß, beim Truppe ist das auch noch alles relativ neu. Es macht aber wirklich super viel Spaß mit dem Hobel. Ganz ehrlich, Leute. Das ist ja auch gerade solche Kanten hier. Kann man super mit dem Hobel machen. Braucht man kein Schleifpapier. So, wunderbar. Würden wir jetzt die ganzen Flaschen reinstellen und laufen fröhlich durch die Gegend, dann hauen die Flaschen immer aneinander. Bedeutet, wir müssen hier drin irgendeine Art Abtrennung machen, dass die Flaschen nicht aneinanderstoßen. So, wie wir das machen, ist relativ einfach. Ich habe hier noch ein Stück Buche rumfliegen gehabt. Leider habe ich von dem anderen Holz nichts mehr. Da schneiden wir jetzt erstmal ein Stückle rar, wie man in Bayern sagt. Da schneide ich immer ein Stückle rar. So, und zwar braucht ihr zwei Stückle, die so reingehören. Das sind unsere Quertrenner, die müssen so reinpassen. Und ein Stück, welches so reinpasst. Und jetzt kommt der Trick. So, jetzt schlitzen wir die Dinger ein. Dann haben wir den Hobel drüber, dass wir die schönen Kanten haben. Dass unsere Flaschen sich nicht wehtun, wenn wir sie reinstellen. Also Hobel, Leute, das geht so gut. Das ist so eine schöne Oberfläche. Du brauchst kein Schleifpapier, nichts. Ach, das ist einfach herrlich. So, schauen wir mal, ob das alles so hinhaut. Jetzt stellt die Truppe nämlich immer fraglich. Ich habe schon oft was gebaut und im Nachhinein stelle ich fest, scheiße, das passt gar nicht. Also wäre nichts Ungewöhnliches. Jetzt stellen wir das mal da rein. Bei der Truppe war ich der alte Holzwerker. 50 Jahre Holzwerkerfahrung. Nicht. So, weil wenn wir jetzt die Flaschen reinstellen hier, und wir das fröhlich durch die Dinger tragen, schlagen die Flaschen nicht aneinander. Jetzt gibt es aber ein neues Problem. Ja, stellen wir uns vor, ich bin irgendwo in der Pampa, ja, ich gehe spazieren mit meiner Handtasche. La, la, la. Und mir fällt plötzlich ein, hey, ich will einen zischen. Ja, wo mache ich das Ding auf? Ich brauche erst mal einen Flaschenöffner. Und den machen wir jetzt. Ich brauche erst mal einen Flaschenöffner. und den machen wir jetzt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020